So. So, da sind wir wieder. Durchlesen! Das sollte man ja kennen. Kennt man die Story von Kirby? Nein. Boah, die Musik! Das ist ganz andere Musik. Das ist richtig... ...dunkel. Das ist nicht so Kirby-li-li-li-li. Das ist... Übrigens, ich bin wieder Lenyo, wollte ich nur mal gesagt haben. Okay, das ist deine Rolle. Okay. Oh mein Gott! Was haben wir zu tun? Okay, in den Weg. Geht von ihm. Herr Midianite, was sollen wir tun? Soldiers sind hier. Nein. Okay. Der hat so eine ekligke Stimme. Und Kirby rockt das ganze Schiff. Das ist die Story. Kirby stürmt die Burg einfach mal eben so aus Spaß. Spielst du schon? Ja. Das geht übrigens auf Zeit. Nur mal so. Oh oh. Ich geh mal oben lang. Und sterb dafür. Yay! Kirby's in den Lockenberg! Kirby's in den Lockenberg! Please, heavy lobster! Quickly, quickly! Ich weiß nicht. Du kennst die Kerber-Kerber-Kerber-Kerber-Kerber. Ich kenn... Ja, soll ich sie dann äh... lesen? Jo. Ah! Du machst... Du machst Kirby und Meta Knight. Also die Hauptrollen. Ich mach die ganzen Nebenrollen. Uh... Ich will wieder... Bam! Ich will wieder runter. Du machst Kirby und Meta Knight. Ja? Ich mach alles andere. Ja? Der ist unverwundbar. Nein, das ist nicht DER. Das sind Metroids. Können Sie mir einen Nuzel fixen? Prepare to take off! Blow Kirby away! Okay! Main Engine Ignition! Take off! WTF? Kirby darf nicht sterben! Boom. Geile Grafiken für 95. Wollte ich mal sagen. Kirby's been blown through the ocean! It was short close. I'll conquer Dreamland with a halbert. I'm a first target. Great gun! Brummtsch! Okay, wir kämpfen die ganze Zeit... Die Stunt... Das ist eigentlich so diese Standardwelt. Dreamland nehm ich, um genau zu sein. Nur das im Hintergrund halt... Ihr seht ja, ne? Das da immer noch die drohende Gefahr ist! Ja, ähm... Schön. Ich wollte den eigentlich runterschlucken. Ich weiß. Du stehst darauf zu schlucken. Ja. Egal! Ich steh darauf zu küssen. Hm. Hm. Ja, hm. Ja, wie lieb küssen. Hier oben geht's. Tschüss. Also tschüss. Bombenpower! Oh, ich steh auf Bombenpower. Was ist er denn? Schluck ihn auf, wenn du kannst, ja? Erstmal töten. Friss ihn! Gib mir die Fähigkeit, die du hast! Gib mir die Fähigkeit! Gebt nicht! Doch! Ah, schön. So spät. Schön! Ein Traum! Es fängt wieder wunderbar an! Egal! Lass mich doch vorgehen, du Held! Dass wir machen, den Wegfreie Prinzip und schon bin ich tot. Platz! Oh mein Gott, fertig. Es fängt schon wieder gut an. Du bist übrigens sehr ruhig. Ja, ich... Das sieht man selber. Ich muss die ganze Zeit... Too last, ne? Ich muss die ganze Zeit lachen dir irgendwie. Du musst an das Ende vom letzten Mal denken. Ja. Es war einfach nur episch. Die Night! Stürm! Du bist das Endscreen, das ist nicht würdig! So, jetzt gib mir die Fähigkeit. Und ich töte den Typen für dich und du kriegst dann seine Fähigkeit. So wie wir es eben geplant hatten. Oder halt nicht. Holen sie dir! Ach das ist das? Egal. Schade. Das wäre vielleicht was Spezielles, weißt du? So ne... Boostability. Ach hier wäre auch Finish gewesen. Du bist vorher natürlich gestorben. Ja... Egal. Stürm! Ich liebe es Bocken zu legen. Warte, warte! 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 Also... Ähm... Schön! Danke! Was kann ich denn dafür? Denn du hast mich berührt und auf einmal bin ich tot! Egal! Das küsse... Küsteheit uns! Und das... Ähm... Ding ist... Das Berühren... Stirbt uns! Stirbt uns! Verbt uns so! Ja, ja! Es geht übrigens auf Zeit! Wir haben da noch drauf! Das heißt, wenn wir wie beim letzten Mal so rumeiern und die falschen Wege immer wieder gehen... Ja, ja! Na? Aber so kannst du wenigstens verhindern, dass das wieder so ein ewig langer Part wie der letzte wird! Super! Skull, ne? Du musst wirklich hochklettern! Oh mein Gott! Anders als bei Mario ändert sich hier das Scrolling! Ja, ne... Ich glaube einmal nach oben und... Ne, bei Mario ging immer nur nach rechts! Das war... Die waren doch voll schäbig drin, wenn es um das ging... Um Scrolling! Da ist Kirby viel innovativer! Ja! Sogar nach oben! Boom! Das stinkt hier irgendwie nach Scheiße! Bei dir aber! Ich sollte das Fenster zumachen! Du könntest mir übrigens auch ne Fähigkeit geben, dann könnte ich mitspielen, aber... Das ist nur so ne... Vermutung! Damit ich sowas dann mache! Tick! Schön! Fuck! Ein... Ein Traum in Gelb, wie immer! Äh... In Pink! Headbang! Ich dachte der ist rosa! Ja, stimmt! Da war was! Boah! Wir sind schneller als das Scrolling! Headtouch this! Dödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödödöd Küsse einfach mir. Altes Prinzip. Da habe ich ja so gute Erinnerungen dran an den Stein. Ey, das ist geil. Küsse mich. Bist du mich durch? Boah. Ich bleib beim Stein. Ich mag den. Übrigens unten ist ne Tomate. Stimmt. Ich mag den Stein. Der Stein ist mir am liebsten. Oh nein, jetzt nicht nochmal alle Standardbosse. Nochmal. Der geht doch fix. Deku-Baum-Action. Gegen den ich natürlich nichts machen kann, weil ich nur mal gesagt habe. Ich bleib einfach männlich. Ich bleib männlich hier stehen. Ich bin der King. Wir sind hier nicht mein Trader, weil ich nur mal gesagt habe. Was? Zwei Bäume? Deku-Baum. Du machst das. Jetzt zeige ich euch meine Skates. Boom, boom. Ich bin mit der Bombe ungesiebbar. Und jetzt noch einmal runter und dann drei. Genau. Kennst du Elmo? Nee, ne? We got him. He fell into the forest. Erstes Level nochmal. Good. You will never catch up. Na. Are you sure? Bart kennig? Hey, die haben uns halt abgeschossen und denken, wir sind tot mal wieder. Ja, lass das tun leben. Oder auch nicht. Boah, ich bin mit der Bombe. Ich mach den Schussfang für dich. Guck mal, da bist du. Schön gemacht. Guck mal, so greifen die mich an und du kannst die in Ruhe bewerfen. Das ist voll die gute Taktik. Oder? Jo. Ich stelle mich rein, werde zum Stein und du machst einfach Action. Guck mal hier, Copycat kann nichts machen. Die können nichts machen, aber greifen mich an. Ist voll gut, die Taktik. Ich finde die gut. Hoch, 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 hoch. Ein Stein, der fliegen kann. Bin ich der Einzige, der sich da die Logik irgendwie hinterfragt? Ja. Warte, ich fang die Schüsse ab. So gut ist das Essen. Oh, schade. Bei denen geht das wohl nicht. Oh, schön, ich bin mal wieder tot. Warte, Will, kriegst du gleich meine Bombekirch rein. Boah, Bombe ist das. Das ist einfach nur Bombe. Mach ihn, ich hab's ihm gekillt. Weil der gleich wiederkommt, wenn wir den ausfrieden. Warum sind Äpfeljoes? Boom. Klaas. Ich glaube, wir müssen nach oben. Also nicht da, sondern hier unten. Hier und dann links rum. Mal gucken, was passiert, wenn ich die eine Minute in der Hand behalte. Oh, die explodiert. Interessant. Äpfel! Äpfel sind gesund. Was tust du? Stürb, Äpfel! Ja, nee. Can't touch this. Warte. Wieso hast du das gemacht? Der wäre gegen Boss eh nur hinderlich gewesen. Boss zur Hülle! Boss 2! Du. Du, Pedder, wer gegen Boss... Stürb! Hilf mir, Kirby! Hol dir seine Energie, hol ihn dir! Was schießt du dir weg? Schön. So, und jetzt... Äh... Nee, schade. Ich dachte, du tust mich essen und gibst mir wieder voller Energie, aber muss auch nicht. Überbewertet. Ne? Nachdenken und so. Braucht man ja nicht. Deswegen sterbe ich jetzt. Yay! Action! Motorrad-Action! Schnell! Nein! Nein! Oh! Egal. Was? Darf ich wieder mitspielen, oder? Ja. Gö? Wum, komm mit! Nein! Zwei sind hinten... Nee, nervt den. Wieso? Oh, küss mich! In der Luft, mal so ganz stillbleiben. In der Luft, die Zunge in den Hals gesteckt. Komm rein! Komm rauf! Komm rauf! Oh, stimmt. Vergessen. Das wär so nervig gewesen. Ja. Mit dem Motorrad kann man richtig abkürzen. What the fuck? What the fuck? Reflexe! Hab ich Reflexe! Wir fahren mal nach rechts. Hunger! Tomate! Warte! Und rein! Oh! Nicht wegschmeißen! Mit dem Motorrad macht das auch voll Spaß, finde ich. Einfach mal durchheizen. Hol dir seine Fähigkeit. Nachdem du mich natürlich geheilt hast, ne? Oder mir deine Fähigkeit zumindest gegeben hast. Ach, Mann. Und mich nicht einfach sterben lässt. Boah! Hallo? Du weißt, dass ich die nicht... Ja, jetzt nimmst du diese Fähigkeit... Ja, ja, ich bin ja schon dabei, Mann. Okay. Okay. Gut. So, jetzt. Kommst nicht rein, Leute. Oh, oh. Das war geil. Was zur Hölle? Was ist denn jetzt kaputt? Die Rache von Beardo. Ah, nee, er hilft uns jetzt. Ah! Seine Armee ist endlich in den Kampf gezogen. Okay. Okay, steig auf. Beardo, guck mal, da hinten brennt er. Nein! Nein, Beardo! Ich hab da und da eine Blade. Look, hier hab ich's mit dem Deck. Oh, wir werden kaum, let's come up with the plan. Auts, Autschis, get cut of me now! Steig auf! Steig auf! Ich bin doch schon dabei. Hey! Motorrad auf. Was zur Hölle? Nicht da runter. Aufsteigen. Oder eben nicht. Oh, oh. Au. 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 Nein! Feine Motorik haben wir, ne? Stein. Warte jetzt mal auf mich! Nein! Schön. Schön. Ist geil, wie du steuerst. Ein Traum. Steig auf! I'm so... I'm so... I'm so... I'm so... I'm so... guck mal, jetzt drück mal. Oh. Sorry, es ist ein Blindschwan. Weißt du noch. Körby, Körby! Now you get a taste of our power! Fuck, mein dick! Feuch! Hilfe! Zerstör mich, zerstör mich, zerstör mich, zerstör mich! Schnell! Jetzt muss schnell gehen! Schnell, gib sie weiter, gib sie weiter, gib sie weiter! Ja, du hast keine Panik, schaffen wir das auch. Das sind die ganzen Gehilfen von eben, guck mal! Ja. Äh, tut das viel. So, jetzt zerstör mich wieder. Zerstör mich! Ja! Zerstör mich! Die Steigerung, wenn ich so ganz mit... Ja, mit Tastatur ist das auch behindert. Und jetzt steig auf! Dann steck ich den Schaden nämlich ein. Okay. Schieß! Artillerie! Boah, wie viel Damage macht denn das? Das macht übelst Schaden. Wie sagst du denn noch? Cap is going to reach the deck! Direct him from the front of the twin cannon! Oh Gott, nein! Steig auf! Oh mein Gott, achso! Entschuldigung, nicht wahr? Bitte absteigen und nicht irgendwelche Knöpfe drücken, die nicht gewollt sind, ja? Was zur Hölle? Ja, schön. Da! Schön! Game over! Yeah! Daumen hoch! Ah, fuck. An der besten Stelle sind wir game over gegangen. Aber das ist ja sehr sozial, Ding, Continue hier. Okay, du musst die Kanon zerstören. Egal, zerstör sie! Ich kann die nicht kaputt machen. Doch! Zerchieß sie! Nein! Ich bin frei! Doch! Was ist denn das? Nein! Spring einfach über den Aufzug! Daneben nicht! Spring über den Aufzug, du Held! Ah, geht nicht! So, jetzt. Oh, jetzt. Gib! Na, warte, warte, warte! Nein! Das war der Ultimative! Jetzt zerstör mich! Ja, weil ich... Gib sie wieder! War ich doch schon dabei, ey! Puls geht hoch! So. Egal, ich mecker nicht mal...